Pizza schmeckt nach Glasreiniger. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. In diesem Vlog habe ich mir gedacht, bestell ich Pizza. Bei Pizza ist eine schöne Sache. Aber natürlich nicht einfach irgendwie Pizza bestellen sollen. Ich habe mich inspirieren lassen von irgendwelchen komischen YouTubern. Also Hey Moritz in dem Fall. Und habe mir gedacht, ich bestell mal die schlechteste Pizza, die es gibt. Das ist eigentlich eher ein Comedy-Video, aber das merkt man ja später. Also zeigt mir, dass es ein Vlogger ist. Lieferando und dann wird nicht erlauben. Wenn ich mal echt angebe, kommt hier nicht so viel Gutes, also schlechtes Zeug, glaube ich. Deswegen... Ich gehe dann auf 1-Stern-Bewertung. Ja, das funktioniert. So, wir haben jetzt hier 4 Sterne. Ja, 4 Sterne. 4,5 Sterne, 4,5 Sterne. Wo sind die schlechten denn? Sortieren. Bewertung. Nach ganz unten. Und wir sehen hier zensiert den Laden hier. Also die Bewertung ist nach 2 Sterne hier. Aber man sieht schon hier sind ganz viele 1-Sterne-Bewertungen. Kein Essen bekommt, 2 Stunden lang gewartet. Lächerlich. Ich warte 2 Stunden und kein Essen. Hab bestellt, kam nichts an. Nicht weiter zu empfehlen. Guck mal, ist die 5-Stern-Bewertung? Von Anonymen? Ah! Das sieht auf jeden Fall glaubwürdig aus, will ich sagen. 55 Euro aus dem Fenster geworben. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Pizza schmeckt nach Glasreiniger. Haha! Woher hast du denn Glasreiniger schmeckt? Was ist denn da los? Pizza, geh mal drauf und bestellen mal. Aber es regnet, kann man das hören? Ich wollte jetzt mal das Fenster aufmachen, mal kurz so zeigen. Aber ich glaub das geht nicht auch. Wenn ich das hier mal aufmache, dann reißt das hier das Gummi raus irgendwie. Und dann ist das nicht so nice. Pizza holte ich ganz so durch. Gefühlt wurde auf Roteig gekaut. Ah nice! Da freu ich mich. Also wenn man sich mal die Bewertung anguckt. Einstern, 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 einstern. Das sieht nicht so gut aus. Ich würd sagen, da bestell ich mal ne Pizza. So, ein paar Minuten später ist jetzt die Pizza angekommen. Ich hab nicht gedacht, dass es wirklich so scheiße sein kann. Die Pizza ist doch nicht in meiner Box gekommen. Ja! Warum nicht? Ich muss auch sagen, die sieht eigentlich gar nicht so nice aus, muss ich sagen. Aber kannst du ja selber sehen. Das sieht nicht so lecker aus. Ich muss es natürlich fürs Video mal probieren, aber die ist noch nicht geschnitten. Das heißt, machen wir jetzt. Das sieht auf jeden Fall nach Premium Pizza aus. Wir machen mal Musik an. Was anderes bitte. Das hat mich gepiekt. Scheiße. Ich esse einfach jetzt ein ganz Stück auf. Das ist äh... Nie so lecker. Frank! Ich bin pranked. Ich würd sagen, dafür kannst du mal ein Like da lassen, oder? Die Pizza ist nicht gut, ey. Ich hatte zwar eine Margarita bestellt, ja. Aber ich mein, das ist doch ein bisschen wenig für Margarita, würde ich sagen. Hier ist kein Käse drauf. Hier ist kein Tomatensoße drauf. Hier ist kein Teig drauf. So eine billige Pizza hier. Habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die ist jetzt nicht wieder runtergefallen. Scheiße, Mann. So eine billige Pizza habe ich in meinem Fuck. Aus der Pizza kann man jetzt hier richtig nice und Kegel draus bauen, Digga. So. Da hat die Pizza doch noch eine gute Verwendung gefunden, würde ich sagen. Zusammenfassen kann man also sagen. Pizza mit einem Stern. Vor allem diese hier. Ist nicht ganz so nice. Da siehst du jetzt noch mehr Vlogs und da siehst du jetzt noch mehr Comedy Videos. Du kannst dir das aussuchen, was du anguckst, aber irgendwas siehst du dir jetzt an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Fuck, der Hut ist runtergefallen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin's, Dane Apgas und ich sag dir schönen Tag noch. Tschüss. Probably nicht so wichtig.